Wir arbeiten mit in der Fortbildungsinitiative und für uns ist wichtig, junge Schüler zu gewinnen für unseren Beruf zum Anlagenmechaniker. Früher hieß es, man nennt Gastro-Wasserinstallateur, Zentralarzt des Lüftungsbauer. Heute sind die Berufe zusammengeführt zum Anlagenmechaniker. Hier werden gerade sehr viele Innovationen gemacht. Man hat also auch Schwerpunkte wie gerade Umwelttechnik, Klimatechnik, natürlich auch klassisch Heizung- und Sanitärtechnik. Und wir haben bei uns also ein demnächst ein neues Ausbildungszentrum, in dem wir insbesondere die modernen Techniken wie Wärmepumpe, Kraft-Wärme-Kopplung, Strom und dabei gleichzeitig das Haus zu beheizen, auch weiterentwickeln, schulen können und letztendlich dann auch die Endverbraucher gut beraten können. Es ist ein sehr zukunftsträchtiger Beruf, in dem man auch sehr gute Möglichkeiten hat zur Weiterbildung, wo man auch Geld verdienen kann, muss man auch mal sagen, ist auch nicht ganz unwichtig heute. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier auch mit vertreten sind. Wenn Sie Interesse haben, geben wir Ihnen gerne weitere Auskünfte in Erinnerung Sanitärheizung Klempner, Hamburg. Telefon 040 29 99 49 0. Telefon 040 29 50 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